Herzlich Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Expanse. So, da geht es weiter. Ich glaube für das erste können wir auch mal nichts angehen, genau da ist der Blutfleck. Schwebt alles noch fröhlich durch die Gegend. Gliese wird diverser Leichenteile, da ist aber noch was. Ein paar Trümmer. Okay, ja wir sagen besser mal Korks Bescheid. Hm. Das sieht nicht aus wie ein typischer Piraten attack für mich. Ich verstehe. Vielleicht waren sie für etwas großartiges und konnten es nicht finden. Lebt die Hände, um zu versuchen, jemanden zu schützen. Oder vielleicht waren sie ein paar psychische Pacheng Wallers. Gehe deinen Schein und wir werden nicht finden. Hm. Okay. Äh, RB um nach rechts zu drehen, RB um nach links zu drehen. Ah, okay. Cool. Praktisch. Aber wenn wir nah genug sind, können wir einfach dann sagen, dass wir da landen möchten. Cool. Hälte, um in vertikaler Richtung zu bewegen. Ah, da ist eine Schalltafel. Okay. Hoch, runter. Bewege den Schweißbrenner um das aufzuschneiden. Neue Grafikkarte. Gehe. Gerne. Okay, da hat sich das ja gelohnt. Ähm, dann, ja, müssen wir da hoch. Wie es scheint. Okay, I'm ready to off, bitte. Okay, time to scavenge. Drummer. Looks like the officers section is still intact. Go check it out. Oh, nee. You know the military. The brass always hoards the best shit. Hm. Let's hope so. Okay, ah, wir können auch hier irgendwo noch ein Kristall dann finden. Hm. Die Frage ist nur wo. Die Frage ist nur wo. Kann man hier irgendwas mitmachen? Nö, oder? Hm. Wir haben auch bisher nur die eine Markierung, ne? Uh, aber da blinkt was. Warte. Ich glaub, das schau ich mir mal an. Thrust, forward troop. Okay. Okay. So, da müssen wir ja hin. Was bist du? Ein weiteres Licht. Ähm. Weiß nicht, bin ich jetzt richtig? Es muss ziemlich tief hier rein. So wie das aussieht. Und dann auch wieder raus. Ah, hier ist was. Ah, okay. Ja, genau. Grün kam ich hier. Dann haben wir noch was Rotes. Und da unten muss ich hin. Hein. Ja. Oh, ich kann noch ein bisschen Brennstoff mit dem. Cool. Gerne. Warte. Habt du einfach... Das war ein pressversensitiver Panel. Es muss sich verbunden sein... Quick, weg von da! Was? Combustion in 5, 4, 3, 2... Okay. Really? Oh, mein Gott. Ich wünsche mir deine Gesichter jetzt. Ich hoffe, du bist sehr stolz von dir. Ich werde ehrlich sein. Ich bin wirklich. Okay, dann gucken wir mal, hier Luftfilter. Virgil, wie lange hast du, dass die Körper so so gewesen sind? Ein paar Tage? Das ist meine Wahrheit. Nachdem ich die Bildung der Hände analysiert habe... ... und die Remnanten der Precipitating-Battel. Was kannst du mir über die Hände erzählen? Medikamente. Von der Uniformität der Hände... ... sieht es klar, dass sie nach dem Mord. Es ist sehr schwierig zu sein, wenn die Verkäufer zurückkommt. Ja, das stimmt. Oh, Temperaturprotokoll. Cool. Neues Missionsprotokoll. Aha. Okay. Sieh mal einer an. Habe ich hier nicht irgendwas übersehen? Kommt mir gerade so vor. Warten wir, ist da oben noch irgendwas? Hm. Da ist der Luftfilter. Vielleicht ja. Als ich hier so panisch weggeflogen bin. Ah, hier ist da noch was. Guck mal. Graffiti. Graffiti. OPA Graffiti auf der Aufersteil von der Containment Vault? Wie schrecklich kannst du es? Hm. Hey. Willst du mir sagen, warum gibt es OPA Graffiti auf unserer Containment Vault? Warum nicht? Du hast immer alles in Serien gearbeitet. Du unterstützt nicht die OPA? Die OPA hat viele Enemies. Und du hast einfach das Symbol, wo jeder kann es sehen. Du denkst, das ist smart? Hahaha. Sie hat dich da, Beratna. Ja, gut. Aber ich würde lieber bemerkbar sein als smart. Wir wissen. Nur paint es einfach. Ja. Wo sie recht hat. Äh, was haben wir denn hier eigentlich? Noch so was rotes? Oh, Navigationssitz. Okay. Was haben wir denn hier Schönes? Ah. Ja, schön. Cool. Cool. Ich hoffe, es ist noch intact. Ich hoffe, es ist noch intact. Okay, gut. Wir sehen uns noch mal. durch. Durch. Wo wir noch irgendwas haben. Ich glaube, da hinten geht es dann auch weiter, so wie es aussieht. Da haben wir auch ein neues Protokoll schon wieder gefunden. Wasserrecycler. Ne, schlecht. Ne, nehmen wir den vielleicht nochmal mit. Ja. Ja. Palladium in Palladium in Palladium in this Recycler. Good pull, Drummer. UNN-Officer. UNN-Officers always keep a backup water recycler for themselves. You were a UNN officer. Do you have a backup recycler for yourself? Of course not. I drink the same cloudy sludge as the rest of you. Mhm. Okay, ich glaube, da will ich mich trotzdem mal hinten nochmal umschauen. Weil das scheint... Vielleicht kommen wir auch von der anderen Seite auch irgendwie hin. Scheint ihr dann da doch irgendwie weiter zu gehen. So. Also nochmal hier rein. Ah. Ne, da sehe ich geht es hier rein. Okay. Dann landen wir mal. Und wir haben noch einen Brief. Skinny. Bigoted asshole. He still didn't deserve to die like this. So. Tests werden geentert. Äh. Keine Ahnung. Die die uns kennen überwunden haben. Hm. Hey Khan. You've been flying a long time. Ever seen anything like this before? No. But when it comes to pirates, nothing surprises me. They're all monsters. Sounds personal. Put it this way. We ever capture one alive? All I need is ten minutes and my torch blade. The ship would smell like barbecue for weeks. Ah. Pasheng. Microwave energy gun. Not a bad choice for persuading someone to open a door. Hm. Dass sie ja nicht wieder mitgenommen haben. Ja gut, genau. Die werden ja wohl da reingegangen sein. Aber ich guck mal, ob hier hinten noch irgendwas ist. Was. Commanders. This is Private Takabit. The pirates have asked me to report the following. All crew members, except for those barricaded in the office's quarters, have been killed or captured. The pirates do not wish to kill anyone else. If you open the gate now and allow them to complete their search, no more lives will be lost. And if you do not comply, Oh God, please don't. Oh, das klingt nicht gut. Das sieht schon mal gut aus. Ah, von der, ja, vom Schiff eine Karte. Okay, ja, genau, dann hätten wir dann, ja, sind wir dann losgeflogen. War ich da schon drin? Ich glaube, ne? Genau, da bin ich durch. Ich glaube, hier war ich noch nicht. So, schauen wir mal, wie aus interessant ist es. Nächsten Leichen, noch ne Tür. Ja? Ja? Ja, du? Nicht schlecht, ich habe einen guten Sauvage hier. Whatever, du hast den einfachen jobb, ich werde alles gut für Lotha. Oh, es muss so schwer für dich, finden Siehez von Metall auf der hull von einem Schiff. Auf dieser Rack, ja, so viel PTC-dammage. Es ist nötig, aber holes. Huh? So, ah, jetzt sind wir hier wieder. Ist da hinten eigentlich noch was? Mal gucken, ob hier vielleicht noch irgendwas hingepackt wurde. Da könnte echt noch gut was versteckt sein. Na, na, na? Äh, sieht aber nicht so aus. Hm. Okay, ja. So viel weiter dann nicht. Und auf der Rückseite nichts versteckt. Gut. Dann war ich in dem blauen schon. Genau, das Graffiti hatte ich. Das haben, ah ne, warte, da ist doch noch was. Ah ne, das ist Graffiti. Ja, und dann geht's hier wieder rein. Hm. Genau, und hier bin ich, glaube ich, rausgekommen. Oder? Oder? Äh? Nicht. Glaub ich zumindest mal. Doch, okay. Gut, dann dürfte ich jetzt alles mehr oder weniger haben, schätze ich mal. Gut. Dann genau da war das Graffiti-Zeug. War das einfach so eine normale Kiste, ne? Kann ich ja nicht landen. Ja, kann ich tatsächlich. Aber so wie es aussieht. Haben wir hier dann nix mehr. Gut, dann würde ich mal die Folge beenden. Ich glaube, dann haben wir tatsächlich hier alles abgesucht. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Auf jeden Fall. Ich werde beim nächsten Mal wieder mit dabei. Bis dahin. Macht's gut. Und ciao, ciao. Ciao. Untertitelung des ZDF, 2020